Was Sie getan haben, ist nicht einfacher. Sie haben meine Männer aussehen lassen, wie billige Kaufhauskaufs. Das ist schmerzhaft. Würden Sie mir verraten, wo Sie ausgebildet wurden? Afghanistan? Tschetschenien? Wer sind Sie? Ich habe viel geopfert, um Frieden zu erlangen. Thora, durch deine Arroganz und Dummheit hast du den friedlichen, königreichen und unschuldigen Menschen das Grauen gebracht. Verwüstung und Krieg. Du bist ein eitler, habgieriger, grausamer Junge. Und du bist ein alter Mann und ein Narr. Du bist unwürdig. Vater. Hey! Ich nehme dir nun deine Macht. Und verbarme dich! Bitte, öffne die Augen. Oh nein, das ist die Erde, nicht wahr? Wo kommt er her? Eure Vorfahren nannten es Magie. Ihr nennt es Wissenschaft. Ich komme von einem Ort, an dem das ein und dasselbe ist. Er war seinem König ungehorsam. Sein Schicksal liegt fortan in seinen Händen. Ich setze dir mein Ende. Ich setze dir mein Ende.